wir sind die Tanglewood-Profis Tanglewood-Profis, ja dass ihr nochmal jetzt Level 1 Swansch von dir vorkriegt erstes UV-Licht wir machen bis zum letzten Level machen wir jetzt immer Tanglewood und dann machen wir erst alle anderen Maps ja, erst Tanglewood damit wir alles haben bis wir alles haben, aber als Tanglewood so, wenn haben wir denn hier J J J J, J Fällen wir auch hier ist nichts ein Schieß an, ja klar Schieß an Foto von Geist Schieß an Foto von, ja mehr soll man nicht machen nur ein Foto schießen so, warte mal, ich hab ja hier er soll nur ein Foto schießen mehr nicht war einfach, oder? einfach nur, wenn er, wenn er kommt einfach ein Foto machen das kann ich hier mal ganz besonders holen oh, ich hab irgendeine Tür gehören ich auch ach, hier die Badezimmertür oder ein Fünfer Ausschlag wo? hier im Flur ah, wieder ah, ja okay so die Knochen müssen wir noch finden, ne? denk an ich kann auch schon mal ein Foto schießen ich kann jetzt mal ein Buch hin, ist das weg? ja ist aber weggepackt oder sonst was weggepackt ist nicht mehr ich habe es neue da ist ja gerade schon durchs ding gelaufen ich schreibe in das buch ich sehe das meistens immer genau dahin wo du das emf hingelegt hast ich guck mal eben einmal hier nach ich guck mal eben einmal nach den knochen ja das ist immer so beides dann läuft er dann meistens hin und her im badezimmer ist ja auch noch eine kamera ach jetzt habe ich im kinderzimmer nicht darauf geachtet ob da tarotkarten lagen schon wieder die affen hand ein die die Vielen Dank. ein kreuz habe ich schon hingelegt ja lege ich ein kreuz ins badezimmer mauer oder oder im flur in dem anderen flur meine ich ich schläg sie mal im bade zu wir haben keinen gefrieratmen doch hier im badezimmer im badezimmer im badezimmer hier wo du bist im badezimmer da war gefrier ich habe immer noch diesen blöden knochen nicht gefunden was gehen denn hier die ganze zeit für türen ich gehe mal eben nochmal in die garage hier ist der knochen ich nehme den jetzt so mit ohne foto und jetzt das buch schon wieder dann will er wohl partout nicht reinschreiben wenn er es wegschmeißt ich habe doch hier auch irgendwo ein buch hingelegt oder hast du das verwendet so wir haben den knochen wir haben den schlüssel ne ach so ne ach ne wir haben ja nur noch der eine buch gehabt das licht überall aus ne licht im badezimmer ist an das muss aus ich mach es mal aus nimm mal das sprechding mit kannst du uns hören hallo lass uns doch liegen hallo hörst du mich bist du hier wie alt bist du wie alt bist du hörst du mich hörst du mich hörst du mich warte mal er geht auf gar keinen fall scheinbar in salz EMF level 5 was hatten wir jetzt gefrierttemperatur oder ultraviolett ne ne geisterbuch das ist auch nicht ich würde fast auf gespenst tippen dann wäre es aber noch dots da müssten wir die dots weiter beobachten weil der nicht in salz läuft mach mal die tür zu ja lass mal kameras beobachten in ruhe ist licht überall aus überall aus so ne wenn du jetzt im dava badezimmer ist dann hm 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 oder die tür auf machen im badezimmer ja ja warte mal ich kann auch nochmal das licht ist schon aus das ist schon mal kein djinn dann ist djinn auch schon mal raus so badezimmertür ist auch so jetzt müsste er hier komplett ausgedotzt sein die tür zu oh ja dort 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 ist direkt durchgelaufen da bleibt noch gespenst dort onrio gefehltemperatur wäre uni geister orb wäre raichu gespenst hast du ja ausgeschlossen ne nee gespenst ist weil er nicht weil er nicht in salz achso ja weil er nicht in salz läuft gespenst sehr wahrscheinlich achso aber was hat er denn noch oh 10er aktivität 10er aktivität geister box hat noch gespenst ne ja rochan hat er gerade die ganze zeit nicht aber er heißt mir manchmal auch nix 10er aktivität jetzt nicht mehr jetzt ist er auf null ich geh mal rein hat die tür wieder aufgemacht wo ist denn jetzt das blöde thermometer da kein gefrier aber ich leg's mal hier hin kannst du mich hören bist du hier ja ja hat gesprochen hat gesprochen habts gehört ein gespenst lag deine vermutung richtig ja wenn er nicht in salz läuft das machen eigentlich nur gespenstern nicht ja was heißt eigentlich das machen nur gespenstern ne ich hatte den doofen knochen doch den hatte ich im keller gefunden ich hab nur kein foto gemacht so oh geisterbox so ein gespenst fehlt uns denn dann jetzt noch ja alles ein foto räucherwerk ein kruzifix räucherwerk abwehren oder räucherwerk abwehren achso abwehren mhm da müssen wir den jetzt noch zum jagen bringen also ich würde sagen mach mal ne kerze an lass uns mal die kruzifixe wo ist der kruzifix hier im badezimmer ja ja lass uns mal hier gib mal hier rüber ne ich glaub das musst du aber im badezimmer anbringen wenn der warte mal ne bei der jagd hin dann ich lauf ja hier lang ja ja aber ich glaub denn man muss das da hinlegen wo der anfängt zu spawnen ich dachte der müsste da drüber laufen egal wo das liegt ne das funktioniert nicht immer ich sag ja ich hab das früher immer hier vor die eingangstür gelegt und trotzdem nie geschützt habste ich bin trotzdem immer gestorben sollen wir jetzt nochmal äh sicherheit wünschen dann muss man ja ach licht ist aus ne mhm ok dann leg ich das kreuz nochmal hier rein Badezimmer ne eins liegt doch jetzt hier vorne oder ach ich hab das vor dem badezimmer ja und eins liegt jetzt im badezimmer ja sollen wir uns nochmal sicherheit wünschen wir haben 5 wünsche sicherheit ist wieder schwarz ne ne ähm wissen ist schwarz wo alles durchgestrichen wird das brauchen wir jetzt nicht mehr jetzt wissen wir ja wirklich dass es ein gespenst ist naja ja das wissen wir ja ja klar aber was willst du dir wünschen was sicherheit sicherheit bringt das was sicherheit ne keine Ahnung mach wir können es auch wenn du hast du ein Fotoapparat wir können es auch wünschen den gast zu sehen aber ich hab ein Fotoapparat ja muss ja muss ja eh Foto machen hast du Rauscherwerken noch dabei ja das muss ich nur schnell genug um wechseln ich wünsche mir sicherheit ich wünsche mir sicherheit nicht funktioniert ich wünsche mir sicherheit ich wünsche mir sicherheit möchtest du auch einer hier ob es funktioniert weiß ich nicht was sicherheit ja was trägt das denn ich wünsche mir sicherheit ich wünsche mir sicherheit ich wünsche mir sicherheit keine ahnung schon gut schon gut schon gut wenn der einmal geknickt ist dann müsste das funktioniert haben dann nimm du den Fotoapparat dann nehme ich jetzt die hand und dann sage ich ich wünsche mir äh den Geist zu sehen ja da meine ich doch die ganze Zeit oder nicht du hast doch Rauscherwerk können in der Hand ja zum abwärmen ja ja das hilft keine ahnung hast du ein Fotoapparat ja hab ich ok und wenn jetzt die Tür zugeht dann bist du draußen nicht wieder drin oder sollen wir hinter das Kreuz gehen achso dann äh sollen wir in den Flur hinten zur Küche hin ja dann entweder überleben mal beide jetzt oder einer stirbt dann geh mal hier in den Flur komm so mach mal ich wünsche mir den Geist zu sehen ich wünsche mir den Geist zu sehen so lass mal gucken wo er ist ich sehe ihn noch nicht hieß du ihn? ja ich höre ihn zumindest ich bin tot ja ich bin tot ja ich weiß ich bin richtig zermatscht im Keller im Keller ja ich bin in den Keller geflüchtet hm 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 jetzt irgendwas abgehakt ne ich schieße ein Foto haben wir nicht ich hab den ja gar nicht gesehen ein Geist kruzifix kruzifix scheinen auch nix geholfen zu haben nö eben das sind nur die 1er die helfen fast nie reicherwerk hast du auch benutzt hat auch nix geholfen nö bist du drinnen? nein nein noch nicht warte ich komm komm zu mir nimm Lkw nö ein Foto von mir machen wir wahrscheinlich auch schlecht weil ich im Keller liege oder du müsstest vorher hier die Drinks trinken Drinks trinken? hm ich weiß ja nicht was bringt so ein Foto ich hab keine Ahnung was? hm kam nicht mein Wunsch wurde erfüllt aber zu welchem Preis hat das bewegt? du liegst im Keller? ich lauf mal in den Keller direkt die geradeaus zieht die die Treppe runter ja aber kein Licht ne? mein Keller war wenn ich reinkomme rechts geradeaus 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 achso geradeaus so hier an der Couch dabei und dann links die Treppe runter links hier? ja jetzt links die Treppe runter ja ja direkt hier liegt an der Taschenlampe an meinem Kadaver achso da liegst du ja ich bin hinter dir ja ich bin hinter dir ja ich bin hinter dir hat meinen Kollegen getötet in der Ecke in der Ecke ich sehe aber nur hier die Eimer und den Autoreifen liegen ja siehst du da das mit synchron naja warte mal haben wir jetzt ja Gespenst ist eingekreist wir können fahren let's go ich bin gespenst gespenst ich hab das neue äh ja warum haben wir denn jetzt wieder knicklichter hä ja ich hab jetzt die UV knicklichter freigeschaltet sind besser als die Taschenlampe obwohl ja eigentlich sind die gefühlt heller UV-Licht ja aber UV-Licht Taschenlampe warte mal woher ist das so faulicht upgrade kostet 3000 hab ich nicht ja ich hab kein Geld für ein Upgrade nein ich hab nur 811 Dollar nein nein nur 811 Dollar nur 811 Dollar mhm Ach so, du musst mal, ich weiß nicht, wolltest du noch eine Runde oder nicht? Äh, mach mal Pause. Ja, okay, dann brauchen wir jetzt ja auch nicht noch das Equipment neu machen, weil dann ist das ja eh gleich wieder weg. Ja. Okay. 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 Okay.